Klippidi-Klapp, was geht ab? Das Pony-Pip bringt euch alle schnell auf Tarp. Was ist der Grund unserer Laden? Hier mit Farben so bunt stolz, darauf sind wir. Hier darf man geschmückt sein, verrückt sein. Jedes Pony hier muss entzückt sein. Heute tanzt jeder, wie er will. Bei dem groovenen Beat sitzt kein Pony still. Wer hier kommt hinein, weiß von vorne herein. Schöner kann es nirgends sein. Also komm, tretet ein. Traucht euch was zu, lasst das Neue geschehen. Hell leuchtet hier, euer Licht könnt ihr sehen. Traucht euch was zu, lasst das Neue geschehen. Hell leuchtet hier, euer Licht könnt ihr sehen. Hört die Mähnen, Melodie. Hey! Hört die Mähnen, Melodie. Was? Was für eine lebenswerte Bewertung. Ich danke dir von ganzem Herzen, Posi.